Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 2. Diesmal mit Aufnahme, auch kameramäßig. So, ich hoffe, wir gucken, wie es sich so zusammenschneiden lässt oder wie ich mich beim ersten Mal anstelle mit Kamera. Aber naja. So, ich bin auf Fanatica. Oh yeah. Los geht's, würde ich sagen. Lesen tue ich schonmal nicht, weil es ist mir zu viel. Nachher so war es mir das alles sowieso. Meine Leseleistung war dann mehr als yes. So, ich sollte meinen Teil erstellen. Ja, 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 ja. Sieht schön aus. Tatsche, was los? Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich noch 720 Pärchen habe, statt ein Scheißvideo. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auf sechs Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac! Isaac, hörst du mich? Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, sie wollten mir gerade von den Albträumen, die sie haben. Von ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf EG7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? FUNK! HEH! Isaac! Isaac! Hm. Isaac, können Sie mich hören? Keinen Schlipsen? Ist okay. Kann man mal machen? Dana. Ich habe Isaac klar gefunden. Wiederhole, ich habe ihn... Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo, wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in Verdammung. Oh, shit. Look, der braucht ein neues Piercing. Geht schon wieder super los hier. Los, ran, Isaac. Kennst du das Spielchen? Oh. Erstmal rennen. Eine Lücke kennen den Weg noch. Mit dem, die sich da anstellen. Oh. Das war doch hier lang, oder? Ups. Ah ja, okay. So viel zu, ich kenne den Weg. Hier. Ah, scheiße. Ich glaube, jetzt verrecklich. Das ist dieses Spiel, ey. Riecht mir da super an. Und schön, dass ich so viel Leben habe. Oh, fuck. Kann ich das hier aufmachen? Ne. Scheiße. Oh, ich kann es schon mal speichern. Oh, fuck. So. Ja, herzlich willkommen zu Dead Space 2. Diesmal mit Aufnahme, habe ich ja schon gesagt, aber, ja, kann man den nochmal wiederholen. Das erste Mal mit der Hassel in die Kamera, damit man auch mein Gesicht beglubschen kann. Mal gucken, wie ich das so hinbekomme. So. Oh, lo. Haut rein, Leute. Tschüss. Ich habe schon in einem Vorfeld, als ich die Kamera immer wieder ausprobiert habe, ich habe so viel Scheiße gemacht. Ich habe immer wieder irgendwelche Cremassen gemacht in der Kamera, und das habe ich selbst wieder bewundert. Aber es ist egal. Das ist keine Führung. Ah, schön. Die sagt, man gefällt mir jetzt schon, wenn er mich umbringen will. Aber, naja. Das wird sich wohl nicht verhindern lassen, um hier rauszukommen. So. Ich gucke mal auf den Timer. Fünf Minuten. Okay. Ich glaube, dem geht es nicht mehr ganz so gut. Er wurde ein bisschen gekotzt. Geht mal klar. Der hat seine ganze... Oh, das ist jetzt scheiße. Hat er seine ganze Toilette vollgekackt? Oh, shit. Was ist denn das Wort? Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Was hast du denn gesehen, Junge? Tom, sag mal an. Sag doch mal an. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen. Meins Schwanz? Okay. Und ich gehe weiter. Ach, Tom. Er spricht vom Marker. Jeder, der den ersten Teil gesehen hat von mir, der würde wenigstens ein bisschen Hintergrundinfos haben. Das ist keine Übung. Hallo? Hey, Vertrauensbürgner Mensch in einer Blutlage, der lacht und strange-mäßig da nach unten guckt, obwohl alle tot sind. Oh. Oder warte. Okay. Ganz gut. Komm, bleib mal gut. Das wird irgendwie überhaupt nicht gut gemacht, Mann. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird Ihr Leben draus kommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Okay. Freundlicher Mensch würde ich mal sagen. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ja, zumindest haben wir jetzt mal die Hände frei. Vielleicht. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Bandspinsel, dein Erste-Hilfe-Paket und deine Taschenlampe. Was? Ja, dann go, lass mich laufen. Ne, sie, sie, sie. Drücken Sie eh. Kuh. Oh. Und eine Taschenlampe. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wir werden alle brennen für das, was wir da haben. Haus, da rein. Wir sehen uns allein im nächsten Leben. Da. Da. Ich kann das irgendwie nicht ganz ernst nehmen. Okay. Ich habe den ersten Teil gespielt. Danach kann man nichts mehr ernst nehmen. Hey, was geht? Bier. Ja. Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie kommen sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Also richtig. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie werden in Sicherheit. Als ob ich Demenz habe. Ich kann mich ja wohl an alles erinnern. Yo. Ich werde ein oder andere Mal richtig spiegelaffenmäßig irgendwas Dummes in die Kamera machen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich irgendwie so richtig sehen will, wie mein hässliches Gesicht aussieht. So. Ja. War ein Fahrstuhl. Äh, ein Fahrstuhl. Ein Rollstuhl. Glaube ich. So. Hier sieht es schon mal ganz nett aus. Kommt hier so ein bisschen Tutorial. Halten Sie rechts gedrückt. So. So. Die sitzen hier noch alle nicht rum. Also ich empfehle schon mal, guckt euch den ersten bei mir an. Hier hätte man einfach durchgehen können. Geradeaus. Lol. Dann, äh, damit man alle Infos hat. Äh, B. Hä, bin ich falsch gelaufen? Das ist egal. Ach so, wegen der Tür. Ah, bla bla. Ich bin dämlich. Hey. Speichern wir mal nochmal. Ist ja ein Gedicht platziert. Können wir machen. Ich hoffe, ich komme auf Fanatiker relativ, naja, nicht gut durch. Aber nicht mit allzu vielen Fades. Das war schon bei Dead Space 1. Ähm, an manchen Stellen ein wenig kritisch. Oh, das ist 10 Uhr, Leute. 10,5 Uhr. 10. Wow. Er braucht nicht, da nämlich steht was. Hm. Aber schön, dass ich als angeblich Irrer, der in einer Zwangsjacke rumläuft, immer noch in dem System bin. Damit ich immer noch, wow. Damit ich immer noch Sachen reparieren könnte. Also Zugang und so haben. Ja. Aber ist egal. Regort hat sich darauf, dass sie Spiel ein wenig oder ein paar Macken hat. Aber. Wow. Okay. Aktivieren. Jetzt klauen wir uns erstmal ein bisschen was. Oh, ein bisschen rum. Ah. Nein, das würde ich mal sagen. Leuchter haben. Kennen wir ja noch aus Dead Space 1. So, und jetzt kommt... Ein sehr unlustiger Part. Oh nein, muss ich jetzt auch noch selber aufmachen? Ich hoffe, ich schaffe das auch an. Oh, das wird hässlich. Oh, wenn die nur einen Schuss brauchen, dann ist gut. Nein. Wann ist so zwei? Ich glaube, es waren drei. Irgendeiner kommt bestimmt noch. Können wir mal aufnehmen. Ich glaube, es hat nur einer was gelootet und ich will von beiden was. Du hast doch bestimmt noch was. Ah, nee, die Kit. Können wir gleich mal aufnehmen. So, 12 Minuten, 13 Minuten. Aber ich glaube, ich muss den Schluss machen, weil ich doch einen wichtigen Termin habe. Sie haben mich doch nicht geschafft, gestern Abend aufzunehmen. Na, ist egal. Ja, ich würde sagen, wir brauchen noch unbedingt eine ordentliche Knarre, bevor wir hier werden. Oh nein. Ich will nicht. Nein. Wie, das ist das dämlich. Ich hoffe, da hinten ist noch irgendwas. Nein. Ich kann nicht zielen, Alter. Ich will alles völlig verlernen. Ein kleines bisschen Kniffenlaufen. Scheiße, das Geld rufen mir nicht rein. Aber erstmal Hauptfunktionen in Anspruch nehmen bei Dead Space treten. So, Kohle haben wir schon mal. Da unten waren wir gerade. Da haben wir unsere Starse-Dings bekommen. Oh, hier liegen ja eigentlich sehr viele von diesen Stäbenbogen. Damit man die alle aufschließen kann. Was geht, Bitch? Nichts mehr, okay. Ja, ah, ah. Zertreten. Dann drücken wir die Lär-Taste. Können wir machen. Weg da. Also, die Lär-Taste machen wir auch mal weg. Jetzt, jetzt mal ehrlich. Passiert dir hier nicht was? Okay. Dann nicht. Komm, helf mal dem kleinen Menschen mal. Ja, machen wir doch schon. Ganz cool bleiben. Du liegst da auf dem Operationstisch. Deine Brust ist offene Monster steht vor dir. Bleib ganz cool. Ich hab gesagt, du sollst ruhig bleiben. Ist doch nichts, Mann. Jetzt fehlt dir ein Arm. Und jetzt ein Bein. Ey, das ist... Och, bleib doch mal ruhig. Weißt du, ich kann immer Menschen so ab, dass sie nicht einfach mal ruhig bleiben können. Richtig behindert. Weißt du? Einfach mal ein bisschen ruhig bleiben. Das hilft in den meisten Situationen. Vor allen Dingen, wenn man daneben schießt. Das will mir doch mal behen. Wir müssen gleich mal hier ein bisschen auf den Munitionssparkus gehen. Weil ich weiß, dass sie sonst ein Problem bekommen. So, hier drin haben wir schon mal nichts. Doch, da in der Ecke liegt was. Oh, da lag noch was. Munizierhonen! Gucken wir uns hier hinten nach oben. Dann muss ich leider die Folge melden. So. Na, hier komme ich ja nicht dran vorbei. Ohne dass ich Schaden bekomme. Da ich den Schwierigkeitsgrad schon mal schon mal durchgespielt habe und kenne und vor allem weiß, wie der abgeht. Ist das nicht so klug für mich. Ja, kennen wir. Versuchen Sie einfach zu überlegen. Ja, kennen wir. Hier ist nichts. Ich glaube, jetzt müsste ich mal langsam einen Speichertpunkt bekommen, dass wir ganz Interesse haben. Und vielen Dank. So. Ich speichne mal, Leute. Und ich würde sagen, das war die erste Folge von Dead Space. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Oder, weiß nicht. Sagt mal, wer es findet mit der Kamera. Haut raus. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.